Craigie Horsfield ist ein englischer Fotograf, der in London und New York wohnt und arbeitet. Seine Motive sucht er sich aus den Menschen und Objekten in seiner Umgebung. Horsfield versucht durch seine Fotografien das menschliche Dasein zu repräsentieren. Um den Kontrast zwischen Gedächtnis und Realität zu scharfen, druckt er mitunter seine Fotos erst Jahre nach deren Entstehung aus.